Hola Leute, willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf meinem Kanal. Yes, ich bin hyped, Leute. Ich bin wirklich hyped. Erstens, endlich mal wieder ein Comicfilm, endlich mal wieder ein Superheldenfilm. Das war schon mal das Erste, was mich übel gefreut hat. Der letzte ist, glaube ich, auch schon vier Monate her oder so. Und das war New Mutants, also, naja, nicht so Premium. Und der zweite Grund, warum ich übel hyped bin, ist, weil der Support von euch wirklich auf den letzten Videos war insane. Deswegen habe ich jetzt hier ein schönes Licht hier angeschafft. Ich finde, es ist ein bisschen Premium. Es ist ein bisschen Premium. Ich glaube, es macht das Ganze ein bisschen chilliger. Ne, ja, wirklich danke an euch für euren Support. Es war insane, sowohl auf der Justice League Trailer-Reaction als auch auf den Videos zuvor, auf dem Joker-Video vor allem. Das war wirklich Hammer. Und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne machen. Ansonsten steigen wir direkt rein in einen Film, wo ich natürlich von Anfang an wusste, alles klar, der Metascore ist so, naja, Rotten Tomatoes, äh. Ähm, also, ich wusste, auf was ich mich hier einlasse, hab aber keine Kritik gelesen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr jetzt meine Kritik hier anschaut, und das würde ich auch euch empfehlen, schaut Filme immer ohne Kritik an. Außer, es geht natürlich darum, um abzuwägen, okay, will ich mir jetzt das Sky-Ticket leisten oder nicht, ne, dann bringt das schon was. Ich wollte Wonder Woman so oder so sehen und hab deswegen nichts durchgelesen, aber ich wusste von den Wertungen. Und deswegen bin ich mit niedrigen Erwartungen rein, aber ich wusste nicht, wieso ist dieser Film nicht so gut. Und ich war überrascht am Ende, muss ich sagen. Aber jetzt, let's go. Zu Wonder Woman 1984. Okay, kommen wir zum Inhalt. Und natürlich, wie immer, möglichst spoilerfrei. Also das, was ihr hier erfahrt, erfahrt ihr auch in den Trailern. Ähm, ich werde eine extra Spoiler-Kritik machen. Da könnt ihr diskutieren und alles reinschreiben. Hier unter diesem Video wirklich aufpassen, ne? Okay. Also, um was geht's in diesem Film? Ähm, wir sind im Jahr 1984. Ein mysteriöser Stein taucht auf. Der sogenannte Traumstein. Dieser Traumstein gelangt in die Hände von Barbara Minerva. Cheetah, später, ne? Und die arbeitet zusammen mit Diana Prince, also mit Wonder Woman, in so einem Labor, die irgendwie alte Artefakte untersuchen, etc. Naja, dann gibt's aber in diesem Film noch den Charakter Maxwell Lord. Und Maxwell Lord ist so eine, ja, TV-Persönlichkeit. Jemand, der sich ausgibt, wie wenn er ein richtig reicher Typ ist, so wie man die ganzen YouTube-Werbungen, äh, bekommt, von irgendwelchen reichen Investoren, die so mit Porsches vorfahren, ihre Rolex zeigen und sagen, yo, mach mit mir genauso viel Geld wie ich. Ha, richtig bad. Und so macht er das auch. Ähm, und gibt an, dass er ein Öl-Tycoon ist. Und Leute, glaubt an eure Träume. Dann könnt ihr das auch schaffen. Und nur so Gelaber. Aber eigentlich hat er nichts. Dementsprechend könnt ihr euch denken, was er sich krallen will. Denn dieser Traumstein, der erfüllt einem Wünsche. Und, ähm, ja, mehr gibt's so im Film nicht zu sagen. Ähm, Steve Trevor ist zurück. Da reden wir bei den Kritikpunkten drüber, weil das ist ein ganz großes Problem in diesem Film. Ein sehr weirdes Problem. Ein gruseliges Problem. Aber, ja, mehr will ich nicht sagen. Äh, let's go. Also, was hat mir in dem Film gefallen und was nicht? Vielleicht mal vorab. Wie gesagt, als ich den Film geschaut hab, wusste ich nicht, was hat den Leuten nicht gefallen. Das ist gut. Also, ich bin sehr offen in den Filmen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, und ich bin in meinen Reviews immer ehrlich, ich versteck mich nicht, ich hab keine Angst, eine Meinung zu vertreten, die vielleicht nicht der Masse entspricht. Ich hab den Film No Joke gefeiert und er hat mich berührt. Also, es ist weird, das zu sagen. Weil, wenn man sich den Film wirklich mal anschaut, sind übel viele Fehler drin. Zu denen kommen wir gleich zu sprechen. Und diese Fehler kann man nicht wegdiskutieren. Dennoch hat er mich emotional wirklich berührt. Und ich versuch das mal an so ein paar Beispielen zu erklären, natürlich ohne zu spoilern. Also, wir haben in dem Film, ja, der Pedro Pascal als Maxwell Lord. Das war schon mal das erste superstarke Ding in diesem Film. Pedro Pascal ist ein überragender Schauspieler. Also, ich liebe ihn seit Game of Thrones. Das war für mich wirklich der schlimmste Moment in der Serie, als was mit ihm passiert. Das war ganz, ganz schlimm. Dann kenne ich ihn natürlich aus der Serie Narcos. Die ist auch überragend, die Serie. Und er spielt auch top. Und in Mandalorian ist er auch am Start und so. Und ich liebe diesen Schauspieler. Und er performt hier so gut. Und ich habe das Gefühl, er weiß zu 100% in welchem Film er hier ist. Der Film ist ein bisschen trashig. Der ist ein bisschen over the top. Aber Pedro Pascal füllt diese Rolle, finde ich, perfekt aus. Und es macht super Spaß, ihm zuzusehen. Also, ich habe wirklich im Nachhinein gemerkt, ey, du hast dich in dem Film eigentlich immer nur auf die nächste Maxwell Lord Szene gefreut. Und gar nicht unbedingt auf die nächste Wonder Woman Szene. Was ein Problem ist. Aber als Gesamtling hat es bei mir geklappt. Der Typ war Hammer. Es gibt eine Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn, die ich sehr, sehr cute finde. Die mich wirklich berührt hat. Also, ey, ey. So weird, das zu sagen. Ich bin wirklich einer, der bei Filmen nicht so oft emotional wird. Aber der Film hat es wirklich geschafft. Und ich hatte zweimal feuchte Augen. Und einmal war er eben bei einer Szene mit Maxwell Lord, die eigentlich super kitschig war. Aber wie gesagt, der Charakter, den fand ich cool. Und er kommt eben, wie ihr euch denken könnt, an diesen Traumstein. Und hat dann Kräfte, die, das erinnert an Gustav Gans in den lustigen Taschenbüchern, falls ihr den kennt. Der kann einfach plötzlich so alles machen. Die Welt dreht sich um ihn. Und es ist schon irgendwie lustig, dabei zuzusehen. Was ich auch richtig überraschend fand, war, dass auch wenn wir relativ wenig Wonder Woman in dem Film haben, ich der Meinung bin, dass Gal Gadot viel besser Schauspieler hat. Also, sie hat hier eine Szene, ganz speziell. Da werde ich in der Spoiler-Kritik nochmal drauf eingehen. Die ist so gut gespielt. Wirklich no joke. Ich will nicht mehr diese Kommentare hören von wegen, äh, die ist wie nur so ein Model und die kann das eigentlich alles gar nicht. Die ist mittlerweile not bad. Also, es hat schon seinen Grund, warum Gal Gadot jetzt immer mehr Gagen bekommt, immer mehr Geld bekommt und immer erfolgreicher. in Hollywood ist. Also, sie ist wirklich nicht schlecht und hat eben eine Szene, die ich unfassbar stark fand. Ähm, ja, wie gesagt, dazu mehr in der Spoiler-Kritik. Und ihr merkt schon, ne? Alles hier hat so emotionale Momente und es gibt bei mir einen ganz starken Trigger, der sowas auslösen kann. Das ist nicht unbedingt die Story an sich, sondern es reicht teilweise schon Hans Zimmer. Und er hat hier den Score gemacht. Er hat hier die Filmmusik gemacht. Und das ist einfach so gut. Es ist nicht sein bestes Werk. Es ist auch keine Filmmusik, die mir im Nachhinein im Kopf bleibt. Aber es untermalt den Film wirklich toll. Also, wie gesagt, in emotionalen Momenten hat das gekickt und der Film versucht wirklich, das in einem zu triggern. Also, der Film funktioniert auf einer, ja, emotionalen, sensiblen Ebene und nicht so auf dieser Action-Blockbuster-Ebene. Die 80er-Jahre gehen bei mir auch immer, ich finde das Setting wirklich nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, es wird ja auch ein bisschen interessanter verbaut. Gerade das erste Drittel hat auch irgendwie, nicht nur, dass es aussieht wie 80er-Jahre, sondern auch, wie alles gedreht ist, ähnelt stark an ganz alte Superhelden-Filme. Also, es wirkt alles so ein bisschen trashig. Ich habe viele Kommentare gelesen, die das kritisiert haben. Ich finde irgendwie, dass es so als 80er-Jahre-Film funktioniert hat. Ja, wir kommen später noch zu den Action-Szenen, die sind ziemlich scheiße, aber ich finde der ganze Flair und der Anfang des Films, der sehr locker ist, der sehr gechillt ist, da war ich wirklich an dem Abend genau in dieser Stimmung. Und, ähm, ja, ich war drin in dieser Zeit irgendwie. Und was auch ein richtiger Weak-Point von mir ist, neben der Hans-Zimmer-Musik, sind einfach Szenen aus den Comics auf der großen Leinwand. Und da gibt es hier die ein oder andere, wo ich echt, ey, mein Herz, ne, also, ich kenne das aus den Comics und dann sehe ich, was da passiert. Und es ist einfach nice. Es löst mir Gänsehaut aus und ich kann nichts dagegen tun. Also, so geht es mir eigentlich bei jedem Superheld-Film. Immer wenn ein neuer Superheld auf die große Leinwand kommt, hat es bei mir schon zehn Vorschusslorbeeren. Weil ich mich einfach freue, etwas aus den Comics in bewegt Bild zu sehen. Ich finde es einfach immer noch nice. Es ist bei mir wirklich, also, ich werde da wie so ein kleines Kind. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich diesen Kanal hier mache. Weil ich mich jetzt immer wieder aufs Neue begeistert. Und der Film hat ein paar Szenen, die da ganz gut anknüpfen. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber. Und jetzt muss leider das Lob mal ein bisschen zur Seite weichen. Und es gibt doch ein paar Sachen, die an dem Film einfach so bad sind. Und zwar, diese Szenen, die ich da so feiere, die ich hier so ein bisschen anspreche, diese Comics-Szenen, die zeigen Wonder Woman mit Superkräften, die sie in diesem Film nicht haben darf. Sie darf sie in diesem Film nicht haben. Und das muss ich wirklich Patty Jenkins vorwerfen, die Regisseurin des Films, die hier offensichtlich gedacht hat, sie kann einfach alles machen, weil sie jetzt in Hollywood eine ganz große Nummer ist, hat sie echt gedacht, sie kann ja alles machen. Und das hat man, finde ich, in diesem Film irgendwie gemerkt. Und wirklich ganz speziell in diesen Superkräften-Szenen, man sieht ja im Trailer diesen Moment, wo sie mit dem Lasso am Blitzen entlang schwingt. Das war schon komisch, aber es gibt da noch eine andere Kraft, die sie entfaltet, die sie in Batman wie Superman nicht hat, die sie in Justice League nicht hat, aber in diesem Film schon, der 1984 spielt. Versteht ihr? Das geht zeitlich nicht ineinander. Und es ist wieder so typisch DC Extended Universe, wo man dann sagt, ja, also wir würden ja schon gerne so ein Universum machen, aber jeder Regisseur darf machen, was er will. Das kann man bei Filmen wie Joker machen, die für sich stehen. Aber Wonder Woman 1984 steht nicht für sich, das ist ein Film, der muss eigentlich vor Batman wie Superman und Justice League in derselben Timeline spielen. Ah, es nervt so. Wie gesagt, als Comic-Fan war ich da für den Moment gecatcht. Ich hatte Gänsehaut, es hat Spaß gemacht, aber nach dem Film fragt man sich schon so, Moment, das passt doch gar nicht so. Warum kann Wonder Woman hier Dinge, die sie später nicht kann? Und warum benutzt Wonder Woman nie ihr Schwert und ihr Schild, wie noch im ersten Teil? Warum hat sie plötzlich nur noch ein Lasse und Fäuste so? Hä? Es fühlt sich wirklich ein bisschen an wie Star Wars Episode 9 zu Star Wars Episode 8, wo dann Abrams hingegangen ist und gesagt hat, jo, alles in Episode 8 passiert ist, ist egal, ich mach mein eigenes Ding. So, nee, ey, so läuft es nicht, so kannst du es nicht machen. Aber ey, wegen der Action und wegen hier Faustkampf und so, die Action in diesem Film ist so bad. Es ist so bad. Wirklich. Man darf nicht vergessen, Wonder Woman 1 hatte die No Man's Land Szene, die übel episch war. die No Man's Land Szene. Hier, schaut es euch nochmal an. Diana! Also das ist wirklich Hammer. Das ist wirklich perfekt. Es ist der Moment, der Gal Gadot als Wonder Woman wirklich in Stein meißelt und diesen Charakter auf die große Leinwand reinbrennt. Es ist ein perfekter Moment. Aber in Wonder Woman 1, der Endfight war übel scheiße. Der Endfight mit diesem CGI-Ars, ey, was war das? Das war eine Katastrophe. Und was macht man in diesem Film? Einfach genau dasselbe. Die sind einfach hergegangen und haben gesagt, gut, wir haben hier Cheetah, auch so einen CGI-Charakter, machen wir einfach auch genauso scheiße. Der Kampf zwischen Wonder Woman und Cheetah ist wirklich, ich dachte, ich bin hier in einem Zirkus. Die hängen da am Lasso, die schwingen so durch die Lüfte. Ich hab gar nicht gedacht, hier kämpfen die gerade? Irgendwie kuscheln die? Was geht hier ab? Es war Katastrophe. Es gibt in diesem Film keine Action-Szene, an die man sich erinnert. Das einzig Gute ist vielleicht die Szene da irgendwie mit den Autos, da durch die Wüste oder was. Das war okay. Ansonsten richtig bad, weil einfach Wonder Woman in diesem Film auch nicht stattfindet. Sie läuft öfter irgendwie in Alltagsklamotten als Diana. Prinz rum, als tatsächlich mit ihrer Rüstung. Also das ist wirklich, glaube ich, einer der Hauptgründe, wieso Leute diesen Film hassen. Und ich kann das auch ein bisschen verstehen. Was aber, glaube ich, noch ein viel größeres Problem in diesem Film ist, und das wird in der Spoiler-Kritik auch nochmal analysiert und mit euch besprochen, weil ich da echt auf eure Meinung gespannt bin, ist Steve Trevor. Steve Trevor kommt zurück. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, ja, wie geht das eigentlich, ne? Wie kommt der zurück? Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie er zurückkommt, weil das ist dann wieder Spoiler-Territorium. Also schaut euch dann die Spoiler-Kritik an, wenn euch das interessiert. Aber es ist creepy. Es ist weird. Es gibt irgendwie Vergewaltigungs-Vibes bei dem Ganzen. Es ist strange. Was auch richtig strange ist an dem Film ist, dass Wonder Woman irgendwie gar keine Feministin mehr ist in diesem Film. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, der absolut zu Recht dasteht. Wonder Woman leidet in diesem Film, weil sie nicht mehr Steve Trevor hat. 66 Jahre lang ist der Mann tot. Und trotzdem erzählt sie in diesem Film, wie sehr sie ihn vermisst, wie sie nicht glücklich ist. Sie braucht ihn, um glücklich zu sein. Das ist nicht Wonder Woman. Das ist nicht Wonder Woman. Wonder Woman ist eine unabhängige Frau, die stark ist. Die braucht nicht irgendwie einen Partner, um glücklich zu sein. Die kriegt das auch alleine hin. Sie ist in dem Film sowieso super socially awkward. Wirklich, als würde sie in all diesen Jahrzehnten keine einzige Person kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht, was sie privat macht. Geht die nach Hause? Und ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt trifft. Strange. Einfach nur strange. Es ist strange, dass sie einen Mann braucht, um glücklich zu sein. Das ist strange. Und was auch strange ist, ist dann wiederum, die Männer in diesem Film, abgesehen von Steve Trevor, sind ausnahmslos notgeile Arschlöcher, die jeder Frau hinterher geiern. Und das ist mir instant aufgefallen. Wirklich. Also, da gibt es eine Szene, da läuft Diana Prince über eine Party. Und es passiert auch mit Barbara Minerva, die dann super hot ist irgendwann. Und man läuft dann auch irgendwie über die Party oder einfach im Büro rum. Es ist wirklich egal, egal wo sie rumlaufen. Da brüllt einer hinterher, ey, yo, babe, was geht? Ey, willst du was trinken? So, aber so richtig ekelhaft. Die laufen nachts durch die Straße, die werden schon fast von dem Typen halb, der versucht sich schon eigentlich zu vergewaltigen. so, hä, ich verstehe, dass die Männer in den 80ern nicht so sind wie heute. Aber da war nicht jeder einfach ein ekelhafter, äh, frauenfeindlicher Typ, der irgendwie Frauen nur als Sexobjekte behandelt. So, was ist das? Ey, es ist so strange, man. Es ist wirklich strange. Und das hat mich übel getriggert, weil der Film irgendwie, halt, der Film sollte feministisch sein. So. Aber nicht männerfeindlich und dann auch nicht konservativ. So. Also, du kannst nicht sagen, ey, ich brauche einen Mann, die Liebe meines Lebens, nur dann werde ich glücklich. Gleichzeitig sind alle Männer irgendwie pervers und es ergibt alles keinen Sinn. Ja, ja, ähm, ihr merkt schon, Leute, der Film hat einige Probleme. Man muss viele Augen zudrücken, aber ich sag's euch wirklich ganz ehrlich, an diesem Abend waren meine Augen irgendwie im richtigen Rhythmus eingestellt und sind anscheinend immer richtig zugegangen, weil ich hatte Bock bei dem Film. Ich hatte wirklich Spaß. Ich hab den genossen. Ich hab mich immer auf Pedro Pascal gefreut. Ich fand seine Szenen super lustig. Äh, teilweise fand ich den Film an einigen Stellen sehr emotional. Aber es gibt einige Knackpunkte in diesem Film. Und wenn man da aussteigt, dann kommt man nie wieder rein. Das ist Steve Trevor eben. Wenn man da sagt, yo, das ist weird, ich bin raus, dann kriegt dich der Film nie wieder. Ähm, und das ist, ja, bei den Action-Szenen muss man halt auch schauen. Also, ich find, der Film ist halt sehr chaotisch, sehr komisch geschnitten. Das Pacing ist ein bisschen weird. Ähm, aber wenn man in der richtigen Mood ist und das einfach so als Film akzeptiert, also das Ganze auch nicht so im DC Extended Universe sieht, sondern einfach so einen chilligen Abend haben will, sich nichts Großes dabei denkt und das Gehirn ein bisschen runterfährt, ähm, beziehungsweise ich war an dem Abend einfach genau in der richtigen Stimmung. Ich kann's euch nicht anders sagen. Ich war genau in der richtigen Stimmung. Ich würde dem Film so ein B-minus geben, tatsächlich. Aber ich kann das nicht, weil es einfach Sachen in diesem Film gibt, die man, die muss man einfach so abstrafen. Und da muss ich meine Subjektivität ein bisschen rausnehmen und wirklich versuchen, das Ganze einigermaßen objektiv, rational zu betrachten. Und deswegen kriegt der Film von mir ein C+. Ich find, wie gesagt, man kann ihn machen. Ich finde, er ist nicht so schlimm, wie er im Netz dargestellt wird. Ich glaub, diese männerfeindlichen Szenen triggern sehr viele Männer und dann wird da schnell was eingetippt oder so. Ich glaub, das ist ein Problem. Aber irgendwie auch ein bisschen zurecht. So, das ist schon mit der Brechstange teilweise. Also, ja, unglücklich. Unglücklicher Film, sehr schade. Deutlich schlechter als der erste Teil. Aber keine Vollkatastrophe. Also, das ist, ist okay. Ist okay. Und, ja, soviel zu Waddomo 1984. Ich hoffe, ihr werdet schlau aus dieser Kritik. Also, es ist schwer, da, wirklich, habt ihr an dem Abend einfach eine gute Zeit. Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach eine gute Zeit. Ja, Leute, das war's, wie gesagt, in zwei Tagen. Also, am Montag kommt die Spoiler-Kritik. Schaltet da gerne ein, wenn ihr mit mir diskutieren wollt. Ich werde da natürlich in den Kommentaren am Start sein. Ansonsten, habt ihr zwei Videos. Einmal die Vorschau für dieses Superhelden. Ja, das haben noch relativ wenige Leute geklickt. Klickt da mal rein. Ich finde es eigentlich ganz interessant, so zu wissen, was dieses Jahr noch ansteht. Unten drunter meine Reaction zum Justice League Trailer. Ansonsten, abonnieren, ein Like da lassen. Das wäre awesome. Und ansonsten, haut rein. Wir sehen uns bei der Spoiler-Kritik. Ciao.